So voll verschiedene Aktivitäten, was hast du dann noch in deine Kiste, in deine Ideenkiste? Also erstmal ist das ein Podcast, das ist das nächste Projekt, was ich umsetzen will. Aber ich habe eigentlich immer ein Dröhm, und zwar, ich will gerne mal ein plattdütziges Kinderbau machen. Also ich möchte gerne mal für die Kinder ein plattdütziges Kinderbau machen. Pflichte oben mit Opa, Anto und Pflichte oben, ein anderes Thema, das wählt noch nicht so ganz genau. Aber, was ich sagen kann, ist, ich bin sehr aktiv im Schulförderverein, in Weisbe hier. Und ich finde die Bemühungen, die die in Emsland habt und in der Großgruppe Emsland, dass die versäugelt, plattdütziges, auch in den Unterricht zu integrieren. Das finde ich eine hochspannende Sache, und das kann ich mir gerade vorstellen, dass ich mich vielleicht nochmal anbeite, um diese Dinge im Grunde genommen mit zu stören und zu sehen, wo man das im Grunde genommen noch mehr in den Unterricht inbringen kann. und sehen kann, wo das klappen kann. Und das war ein großes Ziel für mich, nochmal zu sehen, wo man Schüler, junge Menschen dort mehr hinführen kann.